Aber wir gucken noch Saschas Müll-Video und dann gehen wir rein ins HP, ich hab Bock. Wallah, ich mach kein Auge, Bruder, rein da. Heute ist endlich wieder soweit. Zwei Videos in einer Woche, hä? Ich hab Fieber. Heute hat mir Luca mal wieder Ebay-Klernanzeigen zukommen lassen. Ganz traditionell lese ich Chats heute vor als Person A und als Person B. Ich bin nicht sehr gespannt und ich würde sagen, wir fangen leider direkt an mit dem ersten Chat. Let's go. Flipflops, Nike, Julian. Hallo, Julian. Kann ich die Flipflops kaufen? Ich würde sie aber nur kaufen. Hey, Sascha, das ist wieder sehr unnötig, dass ich jetzt hier alles wieder verschieben muss. Das ist sehr schade für dich. Das fackt mich auch extremst wieder ab. Kann man noch besser vorbereiten, so ein Video, Sascha? Bin ich ganz ehrlich, ne? Kann man besser machen. Kann man besser machen. Naja. Sascha hat ein Bart, stimmt. ...zeit kommen, wo du fett Warzen hattest? Grüße. Ja, ungelogen. Habst du mal jetzt welche? Mit was kann ich zahlen? Er sendet ein Foto. Oh, der kann nicht. Da es sich hier um den ersten Chat handelt. Und ich nicht will, dass ihr schon abschaltet. Hab ich euch mal das Foto erspart. Rex RS 460. OB. Ich hab keinen Plan. 100 Euro. Moin. 170. Moin. Und gute Nacht. Schlaf gut. Ah, danke. Original Maggi Simpsons Figur, 1999, Matt Gröning, 35 Zentimeter, Höhe, 10 Euro, VB. Ach du Scheiße, Bruder. What the fuck, Mann. Alter, was ist das denn? Ich konnte neulich schon nicht schlafen wegen dem Scheiß-Maskottchen von der Schule. Jetzt sehe ich doch diese Figur. Wer kauft sowas für 10 Euro, VB? Du könntest mir 1000 Euro in die Anträge... ABK, wenn er meine Klicks sieht. Und ich würde ablehnen. Kleiner Nachtrag an der Stelle. Sonntag. 12.30 Uhr. Nicht ansatzweise fertig. Ich würde die 1000 Euro doch nehmen. Natürlich. Der Monitor ist komplett vollständig. Okay, vielen Dank. Kein Interesse. Der Preis ist dafür zu teuer. Schade, dass die 20 Euro nicht runtergehen. Viel Glück. Gerne doch. Danke. Habt den gleichen für 110 Euro bekommen. Top. Viel Spaß damit. Ich hoffe, sie sterben. Ja, auf den Schock. Ab in die Werbung. Mein RTL. Und unser heutiger Kooperationspartner lautet... Ey, eins davor. Display macht hochqualitative Drucke. Auf Metall. Displays kannst du mit Hilfe von Magneten an der Wand mutieren. Kein weiteres Werkzeug wird benötigt. Maul. Es gibt viele coole Designs auf der Website. Insgesamt über 1,4 Millionen. Auch insbesondere für alle Gamer. Mit Display kannst du ein Video beschreiben. Beim Kauf von mehr als drei Displays. Displays, Kuss, geht raus. Ein RTL. Danke, danke, danke. Du Hund, das Planschbecken ist kaputt. Jetzt mal ganz ruhig. Es war bisher immer dicht. Es verliert aber ständig Luft an dem Aufblaseteil. Am Ventil ist das richtig verschlossen. Fest reindrücken. Ich hab da Kreppband rumgewickelt, aber hält nicht. Wenn man Wasser reintut, Luft geht raus. Ist der Plastikknubbel fest drin? Wo? Na, der am Ventil. Aufblasen, dann direkt im Plastikstöpsel reindrücken. Der am Ventil dranhängt. Dann bleibt die Luft drin. So geht's, ja. Haben Sie noch nie etwas aufgeblasen? Ein Boot oder die Schwimmflügel Ihrer Kinder oder sowas? Hab keine Kinder. Das Ding ist zum Bierkühlen. Yeah. Alles so cool für mich. Dankeschön. Was letzte Preis? Was wert Ihnen? 101... Einmal Kaufplan-Katalog Knossi Edition. Was? 200 Euro. Was denn jetzt los? Wer will das denn haben? Digga, was verkaufen die Leute auf E-Mail-Katal-Anzeigen? Ich... Vor allen Dingen, wer kauft das? Ich weiß nicht, was mir gerade mehr Angst macht. Die 200 Euro oder die 161 Leute, die sich das angeschaut haben. Komm, packen wir mal einen Warnkorb, Digga. Aufentspannt. Hallo, hat der Wagen eine Einparkhilfe? Gruß. Guten Tag. Wie viel kostet Ende Preis abholen? Was? Für 70 Euro kannst du es abholen. 60 Euro. 70 Euro. 65 Euro. 75 Euro. Okay, treffen wir uns in der Mitte. 70 Euro. Als ob das funktioniert. So, wer ist denn so dumm? Doppelschlafsack. Können Sie garantieren, dass in dem Sack kein Geschlechtsverkehr stattgefunden hat? Ja, das kann ich garantieren. Dann will ich Ihnen. Was passiert hier? Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Nein. Okay. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal unsympathisch.tv noch nicht abonniert habt, dann... Moment mal, das ist nicht Sascha. Könnt ihr jetzt auf kostenfreier Lärm Basis ein... Der hat mir eine gefälschte Uhr verkauft. Der hat mir eine gefälschte Uhr verkauft. Abonnement für mich dalassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt... Ibnz Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Vielen Dank.